An der letzten und neunten Bahn des Platzes heißt es nochmal die ganze Konzentration zu sammeln und die Punkte nach Hause zu bringen. Das Dogleg nach links kann auf zwei Varianten gespielt werden. In der Risikovariante schlägt man mit dem Driver über die linke Baumgruppe und kürzt die Bahn einfach ab. Sicherer ist es mit einem Eisen in ca. 170 Meter Entfernung in den Linksknick zu schlagen und dann den zweiten Schlag auf das Grün zu wagen. Doch Vorsicht, vor dem Grün rechts fängt ein Teich alle verzogenen Schläge oder Slices ab. Das Grün ist stark onduliert, von hinten nach vorne abfallend mit einer Welle in der Mitte. Nach geschafftem neuem Loch stellt sich nun die Frage, noch eine Runde oder entspannender Clubgastronomie. Ich revere dich. Das Grün ist hier. Ich verwelte dich. Ich nehme dich.